Heute macht hier eine alte Rubrik das Comeback. Es ist Jake's Current Rotation. Früher hatte ich auf dem Kanal eine Rubrik namens Jake's Current Selection und das war das letzte Video auf meinem alten Kanal, weil ich einen Jay-Z-Song da drin hatte und ja, dann wurde mein Kanal gebannt, weil sie meinten, es wäre kein Fair Use gewesen, obwohl es Fair Use war. Und da dachte ich mir natürlich schon wieder, jetzt ist es Zeit, dass ich die Serie jetzt wieder ins Leben rufe, damit der Kanal weg ist. Diesmal bin ich umso vorsichtiger. Worum geht es aber eigentlich bei Jake's Current Rotation? Bei Jake's Current Rotation würde es darum gehen, dass ich euch eine Playlist zur Verfügung stelle beziehungsweise, dass ich euch ein bisschen zeige oder erzähle sogar vielleicht, was gerade meine Songs sind, die ich gerade sehr oft höre. Diese Playlist wird auch auf Spotify zu finden sein. Ich werde auch jeden Song in der Playlist von jedem Video, was ich darüber mache, die werden alle unten, ja nicht verlinkt sein, aber einfach, die werden dort stehen. Jedes Mal, wenn über diese Rubrik ein neues Video erscheint, werde ich nämlich die Playlist komplett oder zumindest 90% davon abändern. Keine Sorge, ich werde auch die Playlist sehr, sehr kurz halten. Zum Beispiel in unserer ersten Ausgabe, sage ich jetzt mal, sind 37 Songs drin. Es ist mir übrigens scheißegal, ob dir Playlists 0 folgen werden oder 5 oder 50 oder 500, das ist mir egal. Ich möchte euch, wie bei allen Rubriken auch, einfach Empfehlungen rausgeben und ich glaube, das ist auch eine easy Variante. Ich denke, es sollte ein perfekter Mix entstehen aus alten Klassikern und Songs, die jetzt gerade rausgekommen sind und auch noch unbekannten Artists, die auch coole Songs haben. Und ja, jetzt zeige ich euch im Endeffekt die Songs, die drinnen sind. Und ja, jetzt zeige ich euch. Definitiv einer meiner Lieblingssongs des Jahres. Jonas Z ist so ein geiler Artist. Jedes Mal wird die Playlist auch einen Coverstar haben sozusagen und diesmal kümmern wir uns um Riz Rich oder Rise Rich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es ist Riz Rich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls heißt sein Song Red Rover und sollte normalerweise wirklich 10 Millionen, 20 Millionen Streams haben. Aber der Hursche hat wirklich nur 30.000 Streams auf dem Song. 30k. Das ist eigentlich kriminell. Oh, was eine Hook, Alter. Die Stimme ist so fucking smooth auf dem Beat. 30.000 Streams, Mann. Pack your shill up and be gone. Pack your shill up and be gone. Wow, let's go. 30.000 Streams, Mann. Oh, das Instrumental ist so geil. Derحمeden Mitra ist so geil. Es ist so smooth man, es ist geil einfach. Ich liebe Peggy, Alter. Was ein geiles Feature, Alter. Shoutout an den Kumpel, der mir den Song geschickt hat, ohne Scheiße, richtig geiler Song. Oh! 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 Der Beat! Der Beat! Fuck! Fuck! Oh! 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 Und zuletzt der letzte Mann, den ich bei der Bühne Freie Episode mit dabei hatte, im Musterfahren mit seinem neuen Song Comeback, welches mich so umgehauen hat, so dass ich ihn nochmal in die Playlist reinschmeißen musste, kurzfristig. Wow. 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 Ja, das war jetzt die erste Edition der Playlist, ich hoffe die hat euch gefallen, ich hoffe ihr könnt irgendwelche Songs draus rausziehen. Ich hoffe wir sehen uns aber auch im nächsten Video wieder, bis dahin, ciao. Ciao. Ciao.